Begrüßen Sie die Mannschaften des ZFC Walbergs und der PSG Chemie Leipzig! Die Mannschaften des ZFC Walbergs und der PSG Chemie Leipzig! Die Mannschaften des ZFC Walbergs und der PSG Chemie Leipzig! Die Mannschaften des ZFC Walbergs und der PSG Chemie Leipzig! Die Mannschaften des ZFC Walbergs und der PSG Chemie Leipzig! Die Mannschaften des ZFC Walbergs und der PSG Chemie Leipzig! Die Mannschaften des ZFC Walbergs und der PSG Chemie Leipzig! Tschüss! Tschüss! Ha! Ha! Nehmen wir es wieder! 29. Minute! Bitte schön! Jetzt! Jetzt! 1-0! 1-0! 1-0! 1-0! 1-0! In der 47. Spielminute war das Lukas Zürich wird nochmal mit dem 1-0 für die BSG Chemie 1-0! 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 Und jetzt fällt schon das 2-0 für die BSG Chemie Leipzig Torschütze zum 2-0 war Yannick Meder mit der Rundfamil 27 in der 50. Spielminute 1-0! 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 Und in der 67. Spielminute fiel hier soeben das 3 zu 0 für die WSG Chemie Leipzig Torschütze war und Dennis Jebel mit der Rücknummer 33 Und jetzt geht auch die Anzeigetapel wieder und jetzt geht auch die Mannschaft Marsebester Zerrin 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 Schäbi! 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 Schäbi!